Hey Leute und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute mal wieder nach drei Wochen ein neues Video für euch. Ich war nämlich mit Freunden für zwei Wochen in Spanien in Maigra de Mar und das war auch der Grund, warum keine Videos kamen. In diesem Video werde ich euch erzählen, wie es so ist, mit Go-Jugendkreisen zu reisen. Ich habe nämlich, bevor wir abgefahren sind, nach YouTube-Videos gesucht, wo einfach verschiedene YouTuber erzählen, wie sie es so fanden. Aber ich habe kein einziges gefunden, was ich etwas schade fand, denn ich wollte gerne halt so vorher wissen, wie es so ist und wie es abläuft und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich es einfach und erzähle meine Erfahrungen mit dieser Organisation für Leute, die vielleicht nächstes Jahr oder so auch damit reisen möchten. Und dann würde ich sagen, viel Spaß und let's go! Ja und zwar war es so, dass wir 23 Stunden mit dem Bus dorthin gefahren sind. Man konnte sich das natürlich aussuchen, ob man fliegen will. Ich glaube, das dauert zwei Stunden, ist aber auch viel teurer. Oder ob man halt mit dem Bus fahren will und wir haben uns dann für die günstigeren Variante entschieden. Und ja, dann sind wir halt 23 Stunden gefahren durch Luxemburg, Frankreich, bis wir dann endlich dort waren. Und das war einfach nur so eine Erleichterung, als wir endlich dort waren. Da dachte man sich wirklich nur, ja, geschafft! Dü, 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 Spanien, Spanien! Ja und dann mussten wir warten, bis die Leute, die vor uns in der Lodge drin waren, alles rausgeholt und geputzt haben. Und dann durften wir da einziehen. Und eine Lodge ist ein kleines Holzhäuschen, also eigentlich nur ein kleiner Raum mit zwei Doppelbänden und einem Mini-Kühlschrank. Mit vier Leuten wurde es halt etwas enger, aber das ist halt wirklich nur, dass man dort steht, weil man war eigentlich den ganzen Tag am Strand oder so und hat sich draußen aufgehalten. Denn bei 35 Grad in diesem kleinen Holzhäuschen wird es irgendwann wirklich sehr stickig. Aber zum Schlafen war es dann eigentlich ganz gut, auch wenn man es morgen davon aufgewacht ist, dass dort einfach viel zu wenig Luft drin war und es sehr stickig und warm war. Aber sobald man dann die Tür aufgemacht hat, ging es dann eigentlich. Ja, wir waren in einem riesengroßen Camp. Ich glaube, wir waren zusammen zwei bis 250 Jugendliche. Und das bedeutet natürlich auch, dass dort viele Teamer, also Leute, die auf uns aufpassen, dort sein müssen. Wir wurden in Gruppen unterteilt. Und zwar waren immer 20 bis 25 Leute in einer Gruppe und wir waren Team Ultra. Yeah! Team Ultra! Team Ultra! Ja, dann wird jeder Gruppe immer ein Teamer zugeteilt. Wir hatten jetzt zwei Stück. Eine in der ersten Woche und eine in der zweiten, weil die von der ersten Woche leider abreisen musste. Aber es waren beide richtig nett, cool und man hat sich einfach richtig gut verstanden. Und ja, ansonsten gab es jeden Tag ein Meeting. Das heißt, da hat sich die ganze Gruppe immer zu einer bestimmten Uhrzeit getroffen und hat einfach über die verschiedensten Dinge geredet, was so ansteht. Wer zum Beispiel nach Barcelona fahren will oder wer nach Lorette Ma fahren will und wer zu der Disco will oder wenn jemand noch ein paar Wünsche hat und so weiter. Das wurde dann alles so 10 bis 15 Minuten dort halt so besprochen. Und dann konnte man essen gehen. Und das Essen war wirklich so lecker. Das hat mich richtig gefreut. Es gab immer jeden Tag frisches Obst, frischen Salat, leckeren Saft. Es gab richtig viel. Also es war so, dass es Frühstück gab. Da gab es immer so Baguettes, Cornflakes, frische Früchte und so weiter. Dann gab es immer einen Mittagssnack. Einmal gab es dort Nuggets. Oh mein Gott, die Nuggets waren so lecker. Und wir haben alle gehofft, dass es die nochmal geben würde. Und dann gab es auch sehr oft Fruchtsalat. Früchte Salat. Früchte Salat. Ja und dann gab es auch immer natürlich Abendessen. Das war immer warm, was ich richtig cool fand. Und zwar gab es Burger, Wraps, Burritos, Nudeln. Und einmal gab es sogar Hot Oxi bei Ikea. Also es gab wirklich sehr leckere Sachen und die haben auch alle wirklich geschmeckt. Dazu gab es dann auch immer Salat und Nachtisch. Und dann gab es dann eine Bar und da konnte man sich halt den ganzen Tag lang frische Säfte holen und Wasser, was ich auch richtig cool fand. Und dann gab es auch immer 24 Stunden lang frische Früchte. Gab es dort auch sogar einen Mitternachtssnack, was ich auch richtig gut fand. Und zwar gab es einmal Pizza oder auch einmal Raviolis. Also die haben sich wirklich immer sehr gute Sachen einfallen lassen. Und allgemein die ganzen Mitarbeiter und das Küchenteam war einfach richtig nett, sympathisch. Und man konnte immer mit allen reden und so weiter. Und es war auch nicht so, dass sich die Mitarbeiter so von den Jugendlichen, ich sag mal, abgetrennt haben. Also man hat einfach da mit jedem geredet, was einfach richtig cool war. Ja und dann nochmal zu dem Camp. Der Camp war direkt neben dem Strand. Also wenn das hier der Camp ist, war hier dann so ein Zaun. Aber hier war halt die Tür so immer offen. Und dann war hier direkt der Strand, was richtig gut war und richtig praktisch. Und da konnte man halt immer direkt hin, wenn man so eine Erfrischung gebraucht hat oder so. Vor allem bei dieser Hitze, die dort war. Es war immer heiß. Außer an einem Tag. Da hat es richtig stark geregnet. Aber dafür war es an den anderen Tagen wieder sehr warm. Und ja, die Stadt ist eigentlich auch ziemlich in der Nähe. Da muss man so zwei, drei Minuten gehen. Klar ist es jetzt nicht so eine Mega-Metropole oder so. Da gab es aber viele Souvenir-Shops. Es gab leckeres Restaurants. Und oh mein Gott, Leute. Wenn ihr dort seid, geht zu der Eisdiele Stella Maris. Hieß sie eigentlich. Ich blende sie euch jetzt mal ein. Dort gibt es das beste Eis, was ich je gegessen habe. Und das Eis wurde sogar ausgezeichnet als bestes Eis in Spanien 2012. Es gab so viele Sorten. Es gab Tiramisu-Eis, Mango-Eis. Es gab Bounty-Eis. Es gab Kinder-Überraschungs-Eis, Nutella-Eis. Es gab einfach alle Sorten, die man sich so vorstellen kann. Es gab Kokosnuss-Eis. Ach, keine Ahnung. Es gab wirklich mega viele Sorten. Und ich blende euch das jetzt auch nochmal ein. Das Eis schmeckte wirklich sehr gut. Obwohl ich muss sagen, das Eis in Spanien ist schon teurer. Da hat eine Kugel 1,70 Euro gekostet. Aber dafür ist sie auch wirklich mega groß. Und in Barcelona waren die Eiskugeln sowieso noch teurer. Da hat eine Kugel 3 oder 3,20 Euro gekostet. Was sehr teuer ist, wie ich finde. Aber so ist das halt, wenn man so in Barcelona ist. Und direkt an der Touristenstraße dort. Wo halt alle Touristen sind. Ja, und in der Stadt gab es natürlich noch viele andere Läden. Zum Beispiel Alehop. Das ist so ein Laden, wie auch Nanunanala. Da gibt es verschiedene Gadgets oder so. Fand ich auch richtig cool, der Laden. Es lohnt sich auf jeden Fall mal dort reinzugehen. Und ansonsten gibt es natürlich richtig viele Bars und Diskotheken oder so. Also ich fand die Stadt auf jeden Fall richtig cool. Es gab auch viele Aktivitäten, die man dort machen konnte. Wir sind zum Beispiel einmal Fahrrad gefahren, was richtig cool war. Einmal haben wir am Strand Wassermelone gegessen, was mega erfrischend war. Und ja, es gibt einfach richtig viele Dinge, die man dort machen kann. Und ja, und ansonsten hat uns unsere Thieberin jeden Tag immer so verschiedene Angebote vorgestellt, die wir machen können. Zum Beispiel die Barcelona Tagesreise, die wir hier gemacht haben. Bananaboot fahren oder Lorette at Night und so weiter. Was ich auch richtig gut fand. Ich meine, das war ja auch alles freiwillig. Oder man konnte auch einfach selbstständig mit Freunden einfach rumgehen und so weiter. Man konnte mit dem Zug eine Station weiterfahren zu der Stadt nebenan nach Kaljela. Kaljela oder so war das, glaube ich. Und ja, war richtig gut auf jeden Fall, dass man auch halt so selbstständig sein konnte. Ja, dann zu der Hygiene. Und zwar war es so, dass es dort öffentliche Toiletten halt gab. Und so Gruppenduschen. Aber die waren halt so abgetrennt und so weiter mit Tür. Ja, es war so, dass es irgendwie, ich weiß nicht wie viele Duschen gab. Ich sag mal 15 Duschen, 15 Toiletten. Aber man muss auch sagen, wir waren 2 bis 250 Jugendliche im Camp. Und dann gab es auch noch andere Camper aus Holland, Spanien, Frankreich, die dort auch waren. Das heißt, wir haben uns das dann alles geteilt. Aber man muss auch sagen, dass die Duschen und Toiletten immer so 3 bis 4 Mal am Tag, glaube ich, gereinigt wurden. Und trotzdem gab es manche Fälle, wo zum Beispiel einfach in einer Dusche jemand drinnen gemacht hat. Also, was ich nicht verstehe. Denn gleich nebenan gab es Toiletten und er geht dann zur Dusche, was richtig eklig war. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber viele haben darüber geredet. Und am nächsten Tag hing dann da so ein Blatt, dass es Toiletten gibt und dass man nicht in den Duschen scheißen soll. Aber trotz dieser Sache muss man sagen, dass für 2 bis 250 Jugendlichen Mitarbeiter und Camper aus aller Welt es eigentlich schon sehr sauber war. Also man kann sich natürlich in einem Campingplatz jetzt nicht so die höchste Hygienestufe oder so erhoffen. War auf jeden Fall sehr sauber für diese Verhältnisse. Ja, und ansonsten gab es dort Internet, was man sich dann halt jeden Tag oder für eine Woche kaufen konnte. Dann gab es dort einen Bootsverleih. Da konnte man mit Freunden einfach so frei im Meer so ein Boot fahren. Es gab einen Swimmingpool und ja, eigentlich war das Camp schon sehr gut ausgestattet und hatte einen sehr guten Platz, weil es direkt neben der Stadt und neben dem Meer lehrt. Ja, und alles in allem würde ich sagen, es war wirklich ein sehr schöner Urlaub. Ich meine, der Strand war super schön, das Essen war lecker, die Tima war nett. Nur eine Sache habe ich zu bemängeln, außer dass jemand in der Dusche gemacht hat, aber da kann natürlich GoReisen nichts für. Sondern die Organisation mit der Reise nach Barcelona. Ja, und zwar war das ja so, dass wir zwei Wochen in Maigrat de Mar waren und die Barcelona Tagestour in der ersten Woche machen wollten. Und wir haben das auch vorher angekündigt, genauso wie 80 andere. Aber der Campleiter hat nur einen Bus organisiert, wo 50 Leute drinne passen. Und deswegen hat das natürlich nicht geklappt. Also dann durften halt 30 Leute nicht mitfahren. Und wir sind dann halt ausgestiegen, weil es wäre unfair, wenn die Leute, die nur eine Woche dort waren in Barcelona, nicht sehen durften. Und die sind dort halt hingefahren. Und uns wurde dann eine Wiedergutmachung versprochen. Die haben wir bekommen, das war ein Eis. Ja, dann wollten wir also in der zweiten Woche fahren, was auch geklappt hat. Es haben sich aber 60 oder 70 Leute auch mal wieder vorher angemeldet. Und der Campleiter hat wieder nur einen Bus organisiert, was wir nicht verstanden haben. Weil es war ja eigentlich genau dann derselbe Fehler wie die Woche davor. Und ja, dann durften im Endeffekt wieder irgendwie 20 Leute nicht mitfahren. Wir durften schon mitfahren, weil wir die Woche davor schon nicht mitgefahren sind. Und das unser vorletzter Tag in Spanien war. Aber es war natürlich trotzdem blöd, dass das dann organisatorisch nicht geklappt hat und so weiter. Also das konnte man dann schon noch verbessern. Aber ansonsten fand ich wirklich, dass der Urlaub richtig cool war. Es war eine unvergessliche Zeit und keine Ahnung, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass man da 23 Stunden hinfährt. Aber ich finde, es lohnt sich, wenn man dort zwei Wochen bleibt. Denn eine Woche ist viel zu schnell um. Also dann, wenn schon, würde ich zumindest sagen, zwei Wochen. Und dann kann man den Urlaub dort richtig schön genießen. Ja, das war es dann erstmal so zu Go-Jugend-Reisen und meine Meinung dazu. Jetzt habe ich noch ein mini Barcelona Follow-Me-Around für euch. Ich habe zwar nicht durchgängig so in der Stadt damit rumgefilmt, weil ich wie gesagt einfach so halt die Stadt genießen wollte und die Gassen und so weiter. Aber ich habe trotzdem etwas aufgenommen und das werde ich euch jetzt so einblenden und euch ein paar Sachen dazu erzählen. Ja, und zwar sind wir erst eine Stunde lang nach Barcelona hingefahren, aber die Zeit ging wirklich sehr schnell um. Und dann waren wir erstmal bei diesem Park hier. Der war wirklich sehr schön. Da sollten eigentlich Villen errichtet werden, aber irgendwie wollte sie dort keiner kaufen. Und dann wurde daraus halt eine Touristenattraktion gemacht, dass Touristen ein Panorama von Barcelona dort erleben können, was ich richtig schön fand. Und es war einfach eine super schöne Aussicht. Ja, und dann hatten wir eine Stunde Zeit, die Sagrada Familie zu bewundern. Eine wirklich sehr schöne Kirche. Aber wir sind nicht reingegangen, einfach weil der Eintritt 12,50 Euro gekostet hat. Und das für eine Kirche. Und wir nur 45 Minuten dort gewesen wären. Ja, und dann waren wir mitten in der Stadt. Die Straßenkünstler waren dort richtig cool verkleidet. Also, keine Ahnung, guckt euch den mal an. Der war irgendwie richtig witzig. Und dann sind wir einfach durch die verschiedensten Gassen gegangen und so und haben nach etwas zum Essen gesucht. In der Hauptstraße war wirklich alles sehr teuer. Wir wollten nämlich eigentlich Paella essen, aber da hat das für eine Person 20 Euro gekostet. Und in einer kleinen Gasse haben wir dann diesen Laden gefunden, Pastaba. Und dort hat man für 8,90 Euro einen Salat, ein Getränk und eine Pasta bekommen, was wir wirklich sehr gut fanden. Vor allem dafür, dass es ein Barcelona ist. Der Laden hat uns sehr an Vapiano erinnert. Es war sehr lecker und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann sind wir weiter durch den Gassen gegangen und haben Cronuts gesehen. Eine Mischung aus Donuts und Croissants. Und wir waren auch in diesem schönen Platz hier. Der hat uns wirklich irgendwie an Miami oder Los Angeles oder so erinnert. Einfach wegen diesem Gebäude und den Palmen und so. Das sah wirklich sehr schön aus. Und ja, dann sind wir weitergegangen, haben Frozen Joghurt gegessen. Es gab wirklich sehr leckeres Eis. Und irgendwann gingen auch diese drei Stunden in der Stadt rum. Und dann sind wir mit dem Bus weitergefahren zur nächsten Attraktion. Und zwar zur Font Magica. Das war eine richtig coole Wassershow. Und zwar liefen dort Hits von Jessie J. und so weiter. Und das Wasser hat sich dann im Takt dazu halt immer verändert und bewegt. Später, als es dunkler wurde, kamen dann auch Farben dazu. Und dort waren tausende von Menschen. Und das war wirklich richtig schön und richtig cool. Und ja, da hat man einfach den Moment genossen. Und es war einfach unbeschreiblich schön. Ja und das zu meinem Barcelona Mini Follow Me Round. Also dieses Follow Me Round war wirklich sehr mini. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und dass ich einigen helfen konnte, die vielleicht in nächster Zeit mit Go Jugendkreisen reisen wollen. Dass euch dieses Video etwas weitergebracht hat und so weiter. Ich wollte einfach meine Eindrücke mit euch teilen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute mit einem spanischen Adios Amigos.